Nicht nur in Wien, überall in Europa gehen tausende Terrorfans auf die Straße, um die Gräueltat der Hamas vom 7. Oktober zu feiern und Israel für seine Gegenwehr zu verurteilen. In Madrid schätzt die Regierung, dass etwa 35.000 Demonstranten an den Protesten teilnahmen, darunter verschiedene Regierungsminister. Auf der Straße zündete der aufgeheizte Mob neben israelischen Flaggen auch die Bilder von Ursula von der Leyen, US-Präsident Joe Biden und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Yolanda Díaz, eine der stellvertretenden Ministerpräsidentinnen Spaniens, schloss sich dem Marsch an, sie erklärte. Heute bekunden wir Solidarität mit den Opfern von Kriegsverbrechern und fordern einen sofortigen Waffenstillstand. Díaz betonte, dass Spanien eines der 120 Länder in den Vereinten Nationen war, die für einen humanitären Waffenstillstand gestimmt haben. Nur 14 Länder stimmten gegen den Antrag, darunter die USA und Israel. Während des gleichen Marsches in der spanischen Hauptstadt forderte die spanische Sozialministerin Ione Bellara ein Ende der ethnischen Säuberung der Palästinenser. Sie kritisierte auch europäische Regierungen, einschließlich der Spanischen dafür, an diesem geplanten Völkermord beteiligt zu sein und nicht genug dagegen zu unternehmen. Sie fordert Länder auf, die diplomatischen Beziehungen zu Israel abzubrechen und Sanktionen zu verhängen.